Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Heute zeige ich euch, wie ihr eine Matcha Latte und eine Rooibos Vanille Latte machen könnt. Ich beginne mit der Rooibos Vanille Latte. Als erstes gebt ihr den Teebeutel in ein Glas oder eine Tasse mit 100 ml heißes Wasser und lasst diesen für 5 Minuten ziehen. Dann nehmt ihr den Teebeutel heraus und gebt einen Teelöffel Zucker dazu. Dann fügt ihr 200 ml heiße Milch hinein. Und wenn ihr vollt, fügt ihr 2 Tropfen Vanille Extrakt dazu. Und obendrauf kommt die aufgeschwamte Milch. Das war's. Im Matcha Latte habe ich diesen Grünschee verwendet. Im Pulver in ein kleines Gefäß kleben und 100 ml heißes Wasser dazu füge und gut umrühren. Um Plumpen zu vermeiden, könnt ihr den Tee am besten in eine Tasse oder in ein Glas sieben. Dann gebt ihr 200 ml heiße Milch dazu. Mit meinem Milchaufschäumer schäume ich das Ganze auf. Und gebt ihr dann aufgeschwamte Milch noch dazu. Zucker rein und rühren fertig. Das war's schon wieder für heute. Achtet ihr zu schauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. In der Mitte gibt es schon wieder